Stressfrakturen machen bis zu 20% aller Sportverletzungen aus. Um lange Ausfallzeiten zu vermeiden, kommen der Prävention und der frühen Erkennung ein hoher Stellenwert zu. Stressfrakturen treten meistens ca. 2 Monate nach einer Belastungssteigerung auf. Besonders gefährdet sind dabei Läufer, Basketball-, Squash- und Tennisspieler, Tänzer und Sportler, die Crossfit betreiben. Dabei gibt es mehrere innere und äußere Risikofaktoren. Zu den äußeren gehören neben der Sportart und den eben schon genannten Belastungssteigerung auch der Bodenbelag und eine schlechte Fitness. Hohe Trainingsumfänge stellen ebenfalls ein Risiko dar. Zu den inneren Faktoren gehört vor allem das Geschlecht. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, insbesondere dann, wenn eine Female Athlete Triad vorliegt. Die Female Athlete Triad beschreibt die Kombination aus ausbleibender Regelblutung, einem zu geringen Körpergewicht und einer reduzierten Knochendichte. Der bestehende Östrogen- und Energiemangel behindert die Knochenneubildung und führt zu einem vorzeitigen Knochenmasseverlust. Zudem ist bei Mikrofrakturen die Knochenheilung beeinträchtigt. Das Gefährliche daran ist, dass der Verlust der Knochenmasse nicht umkehrbar ist. Bei ausbleibender Regelblutung gehen pro Jahr etwa 2-6% der Knochenmasse verloren, insgesamt bis zu 25%. Auch bei ansteigendem Östrogenspiegel wird die Knochenmasse nur in geringem Maße wieder aufgebaut. Und wer schon in jungen Jahren wenig Knochenmasse hat, der leidet im Alter höchstwahrscheinlich an Osteoporose. Daher ist es besonders wichtig, optimale Bedingungen für den Knochen zu schaffen. Hier kann man zunächst bei der Ernährung ansetzen. Diese sollte ausreichende Mengen an Eiweiß, Calcium und Vitamin D enthalten. Allerdings ist es schwierig, nur über die Nahrung ausreichend Vitamin D aufzunehmen. Und auch die Produktion über die Haut reicht in unseren Breitengraden meistens nicht aus. Daher sollte man, wenn man sportlich sehr aktiv ist, über eine Substitution nachdenken. Insgesamt hat die Ernährung eine ausgeglichene Kalorienbilanz zum Ziel. Außerdem sollten bei ausbleibender Regelblutung die Hormonspiegel überprüft werden. Bei der Trainingsplanung müssen ausreichende Regenerationszeiten berücksichtigt werden, um dem Knochen Zeit zur Erholung zu geben. Auch biomechanische Veränderungen können Stressfrakturen begünstigen. Bei starken Fußdeformitäten wie zum Beispiel Senkspreiz oder Hohlfuß und Beinachsenveränderungen wie X- oder O-Bein kann eine Einlagenversorgung helfen. Besteht trotz aller Vorkehrungen der Verdacht, dass eine Stressfraktur entstanden ist, sollte frühzeitig ein MRT durchgeführt werden. Dieses kann auch die Vorstufen von Stressfrakturen, die Knochenmarködeme, zuverlässig darstellen. Und je früher eine Stressfraktur erkannt und behandelt wird, desto eher sind auch wieder Alltagsaktivitäten und Sport möglich. Therapeutisch erfolgt zunächst eine schmerzadaptierte Entlastung des betroffenen Knochens. Im Folgenden müssen eine ausreichende Versorgung mit Calcium und Vitamin D sowie eine adäquate Protein- und Kalorienzufuhr sichergestellt werden. Auch Bor und Vitamin K sollten bei der Ernährung berücksichtigt werden, da auch diese eine Rolle im Knochenstoffwechsel spielen. Aufgrund der negativen Wirkung auf die Knochenheilung sollte bei der Schmerztherapie auf NSAER wie Ibuprofen verzichtet werden. Alternativen wie Paracetamol oder gegebenenfalls auch Novalgin sind hier die bessere Lösung. Nur wenn diese Therapieoptionen nicht greifen oder ein hohes Risiko für eine Pseudarthrose besteht, kommen weitere medikamentöse oder operative Optionen in Frage. Zu den möglichen Medikamenten wie zum Beispiel Bisphosphonaten sei aber gesagt, dass sie nicht für die Therapie der Stressfrakturen zugelassen sind und somit einen Off-Label-Use darstellen. Fassen wir zusammen. Um Stressfakturen erfolgreich vorzubeugen, sollte die Trainingsbelastung langsam gesteigert und Warnsignale wie eine Female Athlete Triad beachtet werden. Weitere Maßnahmen, die auch therapeutisch von Bedeutung sind, umfassen die ausreichende Zufuhr von Calcium, Vitamin D und Eiweißen sowie eine ausgeglichene Kalorienbilanz. Bei ausbleibendem Therapieerfolg sollte der Arzt über weitere Maßnahmen entscheiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017